was geht ab eine neue runde world of warships und wir spielen mit dem franzosen der charles martell und oh gott entschuldigung ja wir schauen was geht ein bisschen erobern ein bisschen dies das mal schauen wie viel wir auf unserer seite jetzt diesmal dabei haben wir fahren hier rechts rüber so reichweite 17 6 das ist ja gar nicht mal so verkehrt gar nicht mal so verkehrt so wieder alleine unterwegs ein leichtes geplänkel es ist freitag und ja erst mal vorfahren kollegen hier drüben noch eine north carolina und ich denke wir könnten hier eine leichte übermacht gewinnen deswegen wir pushen mal nach vorne und die andere seite die man eher so die probleme bekommen das heißt wir müssen hier etwas pushen müssen wir wirklich schauen dass wir meter machen und den gegner beseitigen werden jetzt für mich geschossen kommentiert die die schüsse an oder unter messe schütz kommt die schüsse und wunder gestern das kohlen ja klar ein treffer halbe lebenspunkte weg ihr habt ihr wohl eine andere klatsche oder was alter what the f hat er gleich mal richtig schwein gehabt mich so zu hätten das versaut mein spiel klein wenig wir gehen aber weiterhin auf konfrontation ne 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 brennen dass ich mich nicht ob jetzt drehe ich ab die drittl dretl dretl drehtl dretl kogelt ok schon mal nicht schlecht 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 Ich kann aber auch keine Lebenspunkte zurückholen, Mama. Das ist schlecht. Das ist natürlich wirklich ganz schön kackiges, dass ich jetzt hier mein Lebenspunkt nicht zurückholen kann, ne? Ich meine, wir haben das Ding überlebt und jetzt können wir auch wieder steuern. Aber das hat uns nicht gut getan. Da bin ich Oli. Wer schießt denn hier sonst auf mich? Ach, die Pogami hier drüben, ne? Könnte die ein Problem sein? Bin ich zumindest ein Klippel hinter der Insel hier auch noch hin oder halb in der Insel? Endlich brennt mal jemand. Jawoll! Schönen ja noch. Alles gut. Die Mogami ist mittlerweile weg. Und die Messe, Messe Schuhschutz, die haut jetzt ab. Das ist nicht gut. Weil dann haut die nämlich erstmal in Reichweite ab. Ich kann nicht mehr beschießen. Ich mag das nicht. So. Ja. Verfolgungskurs, ne? Wir führen. Wir haben zwei Typis rausgenommen. Äh, wir haben zwei Typis verloren. Die haben vier Typis verloren. Wir haben vier Typis rausgenommen. Und deswegen ein klein wenig Verfolgungskurs. 17,8. 17,6. Gemeint, ich groß. Ja, genau. Ja, okay. Der ist down. Okay, wir sind zumindest nach diesem Anfangs Schaden, den wir erlitten haben, wo es richtig auf die Phrase gab für uns, noch am Leben. Und könnten noch was raus ausrichten. Deswegen, wir fahren mal rüber. Die scheinen sich hier drüben zu konzentrieren, die Gegner. Das heißt, wir müssen hier irgendwo durch die Mitte durch. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch ein Nachzügler ist, den wir hier so, vielleicht hier rechts drüben irgendwo haben können. Da, der Träger, der Flugzeugträger, der könnte halt irgendwo dort drüben sein. Wir müssen gucken, ob wir irgendwo einen guten Mittelweg finden, drüber zu formen. Gleichzeitig vielleicht dort drüben jemanden ins Visier zu bekommen. Das ist halt reichweiteabhängig, ne? Aber der Träger, der wird sich halt auch Clay wenig in Sicherheit bringen. Ich könnte jetzt auf Trägerjogd gehen. Jetzt drüber noch in North Carolina. Und der Träger, oder da? Ich gehe auf Trägerjogd. Was halten ihr davon? Wobei ich natürlich dem Träger gegenüber, der könnte mich halt auch fertig machen, ne? Weil ich hab echt meine vielen Lebenspunkte. Aber wir ballern mal rüber dort, wo sonst noch nie jemand war. Und schauen mal. Irgendwo würde sich hier ein Gefilde zurückziehen, wo er denkt, er wäre sicher. Und das ist halt hier vorne geradeaus, ne? Hier irgendwo. Genau dort, wo er hier halt zu sehen ist. Genau dort irgendwo macht es Sinn, dass er auch ist. Weil das ist so der Punkt, wo er denkt, er könnte am sichersten sein. Ich schieße auch nicht auf die Drake. Wobei die Drake könnte mir halt echt Probleme machen. Weil wenn ich den Träger aufdecke und beschieße, bin ich auch aufgedeckt. Und die Drake könnte mir ganz schön ein bisschen einheizen. Ja gut, das ist halt so. Jetzt haben wir mittlerweile schon vier Leute verloren und die Plusfünfe. Ja, fühlen wir auch nicht mehr so hoch. Maschinenboost deaktiviert. Ich werde ihn mal nicht anschießen. Ich will mal wirklich auf den Träger gehen. Da kamen Kräuter von da drüben, oder? Da war noch gerade ein Flugzeug zu sehen. Da ist er. Da ist er! Ah! Ach Leute, jetzt geht's ab. Jetzt werden Gedärme entsorgt. Jetzt werden Gedärme entsorgt. Ja. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe jetzt mal hier so auf AP gewechselt. Und nicht mehr auf HE. Okay. Ja, okay. Ah, der Versuch war es wert. Es war alles in Ordnung. Okay. Das war mein Ziel, den Typen aufzudecken und anzusnacken. Es gab Leute mit mehr Reichweite, die mir den Sieg, den Kill geklaut haben. Junuten! Aber, okay. Toll, jetzt fahr ich da. Man, ich sehe hier hinterher. Maschinenboost jung! Wir alle wissen, Lachgas. Hebt man sich für den Rückweg wieder auf. Na? Das wissen wir. Das haben wir alle gelernt. Deswegen Feuer frei. Getroffen. Getroffen. Why not? Unser Sieg ist in Sicht. Alter. Ach, es war Verferse, dass der gegen die Insel fährt. Jetzt Feuer frei hier, Junge! Ich habe kein Glück. Ich habe hier kein Match-Glück, von wegen mal Leute rausnehmen. Jetzt ist es ja Blind-Toltz jetzt komplett. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Oh, zerstört. Guck mal. Geht ne ab, Junge. Gut, den konnte ich heute auch nicht mehr sehen, hinter der Insel. Immerhin, Einer hat mitgenommen, schönere Pleinshot. So, wo ist denn jetzt der Zerstörer? Ist vollkommen irrelevant, weil wir haben gewonnen. Uhuhuhuhu. Dämm. Bäm. Ganz ehrlich, da haben wir am Anfang richtig ein klein wenig aufs Fressbrett bekommen und haben dann noch aber hier eine schöne, saubere Runde hingelegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und immerhin gesichertes Mittelfeld, von daher Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschöi mit euch. Tschöi mit euch. Tschöi mit euch. Schöi mit euch. Tschöi mit euch. Vielen Dank.